Hallo Asikrauts Freunde, willkommen zurück hier bei uns auf dem Kanal mit dem nächsten Teil der britischen Container. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal 41 Container aufgemacht, wo wir sage und schreibe ein einziges Schiff rausgezogen haben aus einer riesen Investition. Und jetzt machen wir weiter mit den restlichen 41 Containern. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich bin gespannt, ob er hier jetzt noch seine letzten drei Schiffe, der britische Zerstörer, noch zieht oder ob er quasi leer ausgeht. Fangen wir direkt an. Pony ist wieder mit dabei und auch Radia 83 gibt wieder ihren Senf dazu. Hallöchen. Ja, Mahlzeit. Ich hoffe, dass ein paar Schiffe rausfallen, sonst stehen wir in Föhn. Das wäre wirklich ein bisschen sehr schade. Auf geht's. So, auf geht's. Libertan fünf Stück. Rest wieder Silverains und Union Jack. Er hat Rache. Libertan. Ich pack's. Ich pack's nicht. Güler. Oh mein Pony. Oh, verdammte Grütze. Beide mal Union Jack. Und dann Silverains. Es ist endlich mal was anderes. Hey, vielleicht kommen wir jetzt im Schiff. Ohne Wimpel. Und jetzt kommen gleich zwei Wimpel. Schiffe oder so. Nein. Rache. Wann umsteigen. Go, go, go. Rache. Auf 33 Containern. Ja, muss mal Sekunde warten, bevor du aufmachen tust. Ja, vielleicht braucht die Engine da mal ne neue Berechnung. Ja. Hallo. Irgendwie denke ich mir so. Ja, klick mal den Typ, der war so schuld. Ich hab zum Zweimal rausgeklickt. Okay. Ja. Oh, ja. Juni Jack zweimal. Zweimal fünf. Go, go. Hydra. Hydra ist gut. Ja. Aber wir wollen ja Schiffe. Natürlich. Was? Oh, komm. What the fuck, Alter. Ja, wirklich. Rache. 80 Container und ein Schiff. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Was ist der Lisk? Heftig. Ey, ist echt spannend. Das ist echt. Ihr hättet nicht für Möglichkeiten, dass man 40 Container kauft und nur ein Schiff des jetzt da rauszieht. Hat es 82. Das ist wirklich klar. Bonus, da ist es. Jervis. Nach wie vielen Containern hüpfen? T7 ist das. Die Jervis ist T7. Das sind jetzt 26 verbleibende Container. Also das sind jetzt quasi. Ich weiß, ich muss rechnen, ich hab Stress. 46 Container haben wir jetzt aufgemacht, glaube ich, ne? Warte, nee. 85, 62. Ich kann nicht rechnen. 56 Container haben wir schon aufgemacht, so. 56 Container aufgemacht und jetzt die zweite Schiff rauskommt. Aber dann wird wahrscheinlich das T6er gar nicht kommen. Dann geht es wahrscheinlich jetzt nur noch um das... Eigentlich würde es mir erreichen, wenn die Lightning und die Jervis drin ist, oder nur die Lightning. Aber gut. Müssen wir halt nochmal ein Video machen, nochmal für 40 kaufen. Boro Boro war jetzt dabei. Basilisk. Und? Und wer war? Und Gauke? Alter. Wie es da hinschmilzt. Ja, echt. Kein Witz, not. Voll traurig. Skiller? Und wieder Skiller. Echt mal. Was für ein Shit. Bei dem mit ein paar geniale Signale, ohne Frage. Ja, natürlich. Da ist der nächste Bonus. Jetzt hast du die Lightning. T8. Ratz. Sehr schön. Okay. Ich gebe nur ein Whisky-Cola nachher aus. Ja, virtuell. Ja, natürlich. Ich trinke dann für euch nachher. Du bist ja leider zu weit weg. Jetzt fehlte noch ein einziges Schiff. Also die Levertan ist auch da. Aber ich denke nicht, dass er... Ich glaube auch, das eine Schiff kommt jetzt noch. Aber nach 5, 7, 8 ist doch 6 eigentlich unrealistisch, dass das noch kommt. Eigentlich kommt das doch bestimmt in Reihenfolge. Nee, glaube ich nicht. Nee, glaube auch nicht. Das ist reiner Zufall. Das ist kein Zufall. Doch. Das glaube ich nicht. Ja, ich... Ich habe dein Chance, seitdem das 20 Containern schon einer vier Schiffe hat. Und hier nach... Ähm, ja. Mehr als 60 Containern sozusagen, ähm... Immer noch ein Schiff fehlt. Ja. Das waren wir noch so schlecht. Dafür haben die schöne Flaggen. Aber er hat ja schon T8. Das kann ja nicht mehr höher gehen. Wenn jetzt noch T9 wäre, dann... Aber ich glaube nicht, dass das T6 Schiff mehr kommt. Ich brauche die Daumen. Das kommt noch. Ich riech's. Ja, das liegt woanders dran. Das drüber riech's. Achso, okay, scheiße. Soll ich mal wieder dunsch meinen? Ist so spannend. Oh. Bitte. Rewon. Go, go. Rewon. So, und jedes Mal, wenn wir einen neuen Container jetzt hochziehen, dann Countdown, ne? So. Baby, wie er hat er an. Okay. Und jetzt, 10. 10. 9. 8. 7. Wir sind bei 10. So. So schnell, jetzt kann ich die Container hier hochziehen. Achtung. Und der nächste. 9. Verdammte Scheiße. Güller. Und der nächste. 8. Das war jetzt nicht so gut. 10. Jetzt funkt so. Funktioniert's noch. Nein. Hydra. Und der nächste. 7. 4. 5. Ist hier wie Silvester. Und da ist der letzte Bonus. Hey. Ja. Das ist die Icarus. T6. Ja, ich glaube, ich kotze ins Essen. Sehr schön. Ja, endlich. Jetzt hast du alles zusammen. Weyvan, der war nochmal dabei. Und jetzt haben wir. Wir hatten das schon. Ja. Doch. Wir hatten doch vier gesagt. Und jetzt kommt der nächste. Und 3. 3. 3. Ling Ling. Weyvan. Und 2. 3. 4. Wir sind Libertan wieder dabei. Und 1. 1. Ich habe jetzt keins. Oh. Hotel Yankee. Standard Flagge. Ach, das sind die Standard Container jetzt. Das ist jetzt hier links. Du hast ja nur 5 Silver Rains. Das ist das, was du heute schon erspielt hast. Ah, okay. Cool, cool, cool. Hat das natürlich jetzt ein bisschen verzögert, ne? Weil dann wäre der andere Container vielleicht noch nicht. Null. Genau. Null. Habe ich jetzt gar nicht mitgesagt. Aber hier haben wir noch die Mike Yankee Soxi 6. Ja, null. Fast. So ist es. Ja, ich sag, herzlichen Glückwunsch zu den 4 Schiffen. Du hast ja auch eine Menge Geld dafür bei Wargaming gelassen. Toll, dass unser Spiel jetzt weiterentwickelt werden kann, dank deiner Investition. Ja. Das ist was hinzunen. Ja, nee, das zahlt ihr mal eine Frau, ne? Die kleine Entscheidung. Du weißt, dass jetzt hier alles aufgezeichnet wird und gegen dich verwendet werden kann. Ja, natürlich. Ich stehe dazu. Okay, ich danke dir sehr herzlich für die Zurverfügungstellung dieses Accounts für das Container Opening. Ich habe sonst nichts verändert. Du hast ja hier das Video gesehen. Ja. Du bist ja sogar live mit dabei. Genau. Die Konferenz. Glückwunsch zu den 4 Schiffen. Ja, danke. Die 4 Schiffen und sehr, sehr, sehr viel Spaß damit. Ihr wirst mir dann sowieso unweigerlich berichten, die Dinger so sind. Auf jeden Fall. Wir danken euch, wir drei danken euch allen da draußen für eure Zeit, dass ihr die Minuten hier mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt ein bisschen mitfiebern können. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye. Ja, Container for Life. Haut rein, Jungs. Ciao, ciao.